Kapitel 51 Abschiede Harry, Harry, ist alles in Ordnung? Die Stimme seines Vaters drang nur langsam und dumpf zu Harry durch. Er schüttelte den Kopf, löste sich aus dem Griff des Mannes und rannte Tränenlinzel Fred, der in einer Blutlache auf dem Waldboden lag. Cerys kniete bereits bei ihm. Er kann nicht tot sein, bitte, bitte nicht, schluchzte Harry und fiel auf die Knie. Er hatte extrem viel Blut verloren. Ich konnte die Wunden des Schneideflugs schließen, aber... sagte Cerys und Tränen schwamm in seinen Augen. Wir bringen ihn sofort weg. Madame Pomfric, bekommt das hin, sagte Sirius verzweifelt, aber Cerys schüttelte den Kopf. Das Apparieren würde ihn sofort umbringen. Dad, Dad, bitte rette ihn. Du kannst das doch. Ian hat es auch für dich getan, bitte. flähte Harry schluchzend. Harry, das... Du weißt, was das bedeuten würde, sagte Tom sanft und legte seinem Sohn eine Hand auf die Schulter, aber dieser schüttelte sie ab. Ja, aber Dad, er wollte mich retten. Bitte, bitte tu es. Er wird es verstehen, bitte. Tom sah wieder auf Fred, aus dem langsam alles Leben verschwand. Tom, wenn, dann mach es jetzt oder es ist zu spät, sagte Cerys ernst. Inzwischen hielt Sirius den vollkommen aufgelösten Harry im Arm und Tom wusste, dass es das Richtige sein würde. Er beugte sich zu Freds Hals und biss ihn. Er spürte, wie das Gift in den Körper eindrang, zog sich zurück und leckte über die Bissstelle, die sich sofort schloss. Wir müssen warten. Es wird eine Weile dauern, bis es wirkt, sagte er erschöpft. Tom stand auf und ging zu Harry. Sanft nahm er ihn auf Cerys Arm und drückte ihn fest an sich. Geht es dir gut? Wollte er wissen und der Junge nickte. Es war Crouch. Es war die ganze Zeit Crouch, sagte er matt und sein Vater nickte. Aber warum? Wollte Cerys wissen. Sein Sohn hat sich das Leben genommen, nachdem er aus Azkaban entlassen worden war. Das war es doch, oder? fragte Tom. Harry nickte überrascht. Woher weißt du das? Als ich ihn eben sah, da... Ich wusste vom Tod seines Sohnes und auch seiner Frau. Er gibt mir die Schuld daran, nicht wahr? Er wollte dich mir wegnehmen, damit ich auch so leide wie er. Wieder nickte Harry, überrascht, wie schnell sein Vater die Situation erfasst hatte. Was machen wir jetzt mit ihm? fragte Cerys und sah auf den gefesselten, bewusstlosen Mann am Boden. Wir übergeben ihm dem Ministerium, sagte Cerys. Karkaroff hat ihm geholfen. Er hat Kjell unter einen Imperius gestellt. Er sollte mich unter Wasser töten. Und heute hat er Fred mit einem Kutiatius gequält, sagte Harry und Tom nickte. Auch er wird seine Strafe bekommen. Ich bin nur froh, dass du... dass ihr lebt, sagte er dann und drückte Harry wieder fest an sich. Wie habt ihr uns gefunden? Das haben wir Seth zu verdanken. Er hat einen Ortungszauber auf dich gelegt. Zum Glück war er nicht zu weit weg. Wir sind hier im verbotenen Wald. Dumbledore hat die Appariergrenze aufgehoben und so konnten wir euch finden. Danke, Seth, sagte Harry und umarmte seinen Paten. Dieser strich ihm sanft über den Rücken. Dank nicht mir, sondern deinem Freund. Er hatte so furchtbare Angst um dich, dass ich ihn damit beruhigen wollte und er schien ihr Recht zu haben, sagte der Lehrer. Harry nickte und sah wieder zu Fred, der inzwischen nicht mehr ganz so bleich war. Er wird doch wieder gesund, oder? fragte er und kniete sich erneut zu dem Weasley. Keine Sorge, er muss sich erholen und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, aber andernfalls... Dad, ich wollte das. Ich hab dich angepflegt. Wenn, dann muss er auf mich wütend sein, sagte Harry. Cerus fühlte Freds Puls. Ich denke nicht, dass er wütend sein wird, aber wir können dann zurück. Er ist stark genug, sagte er, hob den jungen Mann auf die Arme und stand auf. Gut, ich nehme diesen. Ich nehme Crouch und du Harry, sagte Cerus und warf sich den Bewusstlosen über die Schulter. Bist du bereit? fragte Tom und griff nach der Hand seines Sohnes. Ja, bitte lass uns gehen, sagte dieser und sofort darauf waren sie verschwunden. Erschrockene Rufe war das erste, was Harry wieder wahrnahm. Ein Schrei einer Frau. Es war Molly Weasley, die den leblosen Körper ihres Sohnes in Cerus' Arm entdeckt hatte. Auf der Tribüne entstand nun Tumult, denn auch der besinnungslose Crouch wurde sofort erkannt. Albus, wir müssen beide Jungen hier wegbringen. Erklärung folgen. Kargaroff muss den Auroren übergeben werden, genau wie Crouch. Sie haben beide versucht, Harry zu töten, sagte Cerus an den vollkommen perplexen Direktorgewand. Dieser reagierte sofort. Er winkte die Sicherheitszauber zu sich und schickte sie zu Kargaroff, der sofort ahnte, was geschehen war, und losrannte. Aber gegen die ihm nacheilenden Männer hatte er keine Chance. Cerus übergab Crouch ebenfalls an die Sicherheitszauberer und eilte dann zu Regulus, während Cerus, Tom, McGonagall und Freds Eltern ins Schloss eilten. Die übrigen Lehrer und Dumbledore versuchten indessen, die aufgeregten und geschockten Schüler zu beruhigen. Draco, Hermine, George und Blaze waren von der Tribüne geeilt, kurz nachdem Fred und Harry aufgetaucht waren. Er, er wird doch nicht tot sein! Hermine schluchzte und wurde nur von Blaze auf dem Bein gehalten. Nein, nein, das wüsste ich. Ich würde es spüren, sagte George und seine Stimme brach beinahe. Sie rannten hinauf zum Schloss. Draco spürte nichts. Gar nichts. Er hatte nur einen Gedanken. Harry. Dieser schien unverletzt sein, aber er musste Furchtbares erlebt haben, so wie er aussah. Draco, geht es? fragte Blaze, der noch immer Hermine stützte, besorgt. Geht schon. Wo werden sie die beiden hingebracht haben? Sicher den Krankenflügel, kommt! sagte George und rannte immer zwei Stufen auf einmal nehmend nach oben. Als sie den Krankenflügel erreichten, hörten sie bereits aufgeregte Stimmen. Molly, alles gut. Er wird wieder. Ein paar Stunden Ruhe und du wirst sehen, er wird gesund, sagte Madame Pomfrey gerade, als Blaze, Hermine, Draco und George in den Raum stürzten. Fred lag blass auf einem der Betten. Sein Trikot war zerrissen und eine große Narbe zog sich über den Oberkörper. Harry saß auf dem Bett daneben und starrte ins Leere. Freddy, rief George, rannte zum Bett und legte eine Hand auf die Wange seines Bruders. Alles okay, George, er lebt, sagte Arthur Weasley und legte seinem Sohn eine Hand auf die Schulter. Draco ging zu Harry und setzte sich neben ihn. Sein Freund reagierte kaum. Er griff nach Harrys Hand und drückte sie, küßte sanft die zerschundene Wange. Schatz, Harry, hörst du mich? fragte er leise. Erst jetzt schien sich dieser der Anwesenheit des anderen bewusst zu werden. Er sah Draco mit roten Augen an. Dann warf er sich weinend in die Arme seines Freundes. Draco konnte nichts machen, presste Harry nur an sich und murmelte beruhigende Worte. Geht es ihm gut? wollte Molly Weasley blass wissen und sagte Tom. Ja, er ist unverletzt, aber ohne ihren Sohn würde er vielleicht nicht mehr leben, sagte dieser sichtlich umfassungsringend. Und ohne sie, unser Sohn nicht mehr, sagte Arthur Mudd lächelnd. Es tut mir sehr leid, es gab keine andere Möglichkeit, sagte Tom dann. Jodger auf. Was heißt das? Ist Fred, ist er? Ja, ein Tag Vampir. Ich musste ihn beißen, sonst wäre er gestorben. In Toms Stimme lag Schuld. Hermine, die an Freds anderer Seite saß, sah ihn mitfühlend an. Er hätte das gewollt und er lebt. Das ist alles, was zählt, sagte sie tröstend. Ja, das hoffe ich, sagte Tom. Er wollte mir nur helfen und dann, ich konnte nichts machen, schluchzte Harry. Molly Weasley sah zu dem vollkommen verzweifelten Jungen und ging zu ihm. Sanft zog sie ihn an sich. Harry, wir sind dir nicht böse, es ist nicht deine Schuld. Du hast viel Leid erleben müssen und daran trägt einer unserer Söhne eine große Mitschuld. Aber heute konnten wir vielleicht etwas zurückgeben und Fred lebt. Und das haben wir ja am Ende, so denke ich, dir zu verdanken. Oder? Sagte sie leise und Harry blickte auf. Ich weiß nicht. Doch, ohne Harrys Flehen, ich weiß nicht, ob ich es getan hätte. Sagte Tom. Was getan? Kam es schwach aus Freds Richtung. Der Zwilling blinzelte und richtete sich störend auf. Fred! Hermine warf sich an den Hals ihres Freundes. Dieser zuckte kurz zurück, drückte seine Freundin aber an sich. Wow, vorsichtig. Ich habe vielleicht einen Muskelkater. Was ist denn passiert? Warum sieht die alle so aus, als sei jemand gestorben? Fragte er und wischte Hermine einige Tränen von der Wange. Mensch, Freddy, wenn du wüsstest, wie nah du an der Wahrheit bist. Sagte George und zum ersten Mal lachten alle gelöst auf. Zwei Tage später Madame Pomfrey entließ Fred trotz dessen Einwände erst am nächsten Tag. Er versicherte immer wieder, dass es ihm noch nie besser gegangen war. Die Sache mit dem Tagvampir nahm er mit der üblichen Gelassenheit hin und vor allem nahm er es mit Humor. Natürlich hatte sich die Sache herumgesprochen und so mancher Schüler wich ängstlich zurück, wenn er oder auch George um die Ecke kamen. Sie machten sich einen Spaß daraus, bis es mit Gornigal zu viel wurde und sie ihn mit einem allerletzten Nachsitzen bei Filch drohte. Harry steckte die Sache weniger gut weg. Er wirkte noch Stunden später apathisch und wollte auf keinen Fall alleine sein. Greco wich nicht von seiner Seite, ließ ihn keine Minute alleine. Sirius war inzwischen mit den Zwillingen nach Hause gereist, aber Tom war geblieben. Er wollte dann am offiziellen Schuljahresende mit Harry nachkommen. Am letzten Tag ging es diesem wieder deutlich besser. Crouch und Kakaroff waren nach Asgaban gebracht worden und würden dort auf ihren Prozess warten. Das Ministerium musste sich vorwerfen, dass sie nicht alles getan hatten, um das Turnier sicher zu machen. Es würde wohl wieder für lange Zeit kein weiteres geben. Am Abend vor den Ferien standen Draco und Harry wieder auf den Ländereien und verabschiedeten sich von Antoine, Pascal und Fleur. »Ich muss schon sagen, mit dir wird es nie langweilig«, sagte Antoine und lächelte. »Mir wäre es anders lieber«, sagte Harry und rieb sich den Nacken. »Ja, das denke ich mir«, sagte Pascal und sah mitfühlend auf den Jungen. »Du wirst uns fehlen«, sagte Fleur und umarmte Harry. Dieser nickte und wischte sich eine Träne weg. »Ohne dich, Fleur, ich hätte mich nie so gut in Beaubartons eingelebt, wenn du nicht gewesen wärst.« »Ach, du machst das alles schon sehr gut. Wir werden uns wiedersehen, versprochen«, sagte die junge Frau. »Fleur hat recht, wir sind nicht aus der Welt. Komm uns besuchen, ihr beide, das Angebot steht noch«, sagte Antoine. »Machen wir«, sagte Draco lächelnd. »Passt aufeinander auf, das, was ihr habt, ist einmalig. Beschützt es«, sagte Pascal und umarmte die beiden Jungen. »Werden wir«, sagte Harry und drückte Dracos Hand. »Wir sehen uns«, sagte Antoine umarmte ebenfalls beide, ein letztes Mal, ehe die drei in die Kutsche stiegen. Nur Augenblicke später hob dieser ab und verschwand bald am abendlichen Himmel. Harry sah ihr lange nach, solange bis Draco sanft seinen Oberarm streichelte. »Alles okay?«, fragte er und der andere nickte. Dann wieder Dracos Hand und zusammen ging sie ins Schloss zurück. »Ihr schreibt uns, verstanden?« Hermine stand neben Fred und sah Draco und Harry ernst an, als sie am nächsten Morgen reisefertig in Hogsmeade standen. Der Hogwarts-Express würde bald fahren, aber Draco und Harry würden mit Tommens Männer reisen. »Sicher, Hermine. Und ihr auch, wir wollen doch wissen, wie es mit dem Laden vorangeht«, sagte Harry grinsend. »Keine Sorge, ihr erfahrt alles immer als Erste«, sagte George, umarmte die Jungen zum Abschied und legte dann wieder einen Arm um Blaze. »Mach keinen Blödsinn, wir sehen uns spätestens an Harrys Geburtstag«, sagte Fred und umarmte die beiden ebenfalls. »Du auch nicht, niemanden beißen«, fragte Draco. »Mal sehen«, sagte Fred augenzwinkernd, er sich noch mal an Harry wandte. »Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber danke für alles. Fred, ich danke dir und ich wüsste nicht, wo das Gold besser aufgehoben wäre. Ihr werdet Großartiges daraus machen«, sagte Harry lächelnd. »Ja, das versprechen wir«, sagte George und hob die Finger zum Schwur. »Hey Blaze, du schreibst doch auch«, wollte Draco nun wissen und sein bester Freund legte den Kopf schief. »Mal schauen, ich bin nicht so der Schreiber und ich bin die ganzen Ferien bei George, also untersteh dich«, sagte Draco streng und zog seinen besten Freund an sich. Dieser drückte ihn fest. »Keine Sorge«, flüsterte er, drückte sich dann von Draco weg und umarmte Harry. »Pass gut auf ihn auf«, sagte er. »Klar, aber er passt eher auf mich auf«, sagte Harry und Blaze nickte. »Also, Schluss jetzt, sonst heul ich ja auch noch. Ist ja kein Abschied für immer, wir sehen uns und grüß deine Väter von uns«, sagte George dann, nahm Blaze Hand und trug ihn mit sich. Fred klopfte beiden Jungen noch einmal auf die Schulter, legte dann einen Arm um Hermine und nach einem letzten Gruß folgten sie den anderen. Verabschiedung beendet. Tom war hinter Harry und Draco aufgetaucht und sah den davoneilenden Zwillingen mit ihren Partnern nach. »Ja, gehen wir jetzt nach Hause, Dad?« fragte Harry. »Wenn du willst«, sagte Tom und sein Sohn sah zu Draco, der nickte. »Ja, lass uns gehen«, sagte er. Tom lächelte und nahm die Hände der beiden. »Alles gut?« fragte er und Harry nickte. »Alles war gut.« Host Negrcall kann sunrise- »Mami«, tôk gerät.